Heute möchte ich über dieses Gemälde sprechen. Der Goldene Ritter, das Leben ein Kampf, ist ein nicht so berühmtes Gemälde von Gustav Trint, das im Jahr 1903 entstand. Als Technik verwendete der Maler Öl auf Leinwand, um diesen goldenen Ritter, der emblematisch für Klimt ist, zu schaffen. Der Ritter, seine Lanze, die Halfter und die Zügel, sowie Teile des Hintergrundes, sind alle in Goldfarben. Goldfarben, die Männer und Schweif von den Pferden sind mit einer Haartextur gemalt. Heute kann dieses Bild, das mal 100 Zentimeter misst, in dem Aiki-Prefektoral-japanischen Kunstmuseum besichtigt werden. Das Bild zeigt einen Mann, der wie ein Ritter gekleidet ist, auf einem starken, schwarzen Pferd. Es könnte eine Szene aus einem Krieg oder einfach das Porträt eines Soldats, das sich auf eine Schlacht bereitet sein. Obwohl der Betrachter das Gesicht von dem Ritter nicht sehen kann, werden die Blicke des Betrachters auf ihn gelegt. Er hat eine schön dekorierte Haube, deren Elemente wieder auf den Zügel sich scheinen. Der Ritter ist in einer aufrechten Position, zu allem bereit und sein Pferd sieht auch sehr mutig. Typisch für Klimt ist dieser romantische Hintergrund mit Kreisen wie Blumen. Der Künstler verwendet nicht so viele Farben, hauptsächlich schwarz, gelb und grün. Die meisten Kritiker glauben, dass dieses Gemälde Gustav Klimts Kampf gegen die Beibehaltung des Status quo in der Welt der Kunst repräsentiert. Das könnte auch der zweite Name des Gemäldes erklärten, dass das Leben ein Kampf ist. Ich bin der Meinung, dass der Ritter könnte auch ein Symbol für die absolute Freiheit zu denken und sich selbst auszudücken sein. Der Künstler verwendet gelbe Farben, wie gelb und schwarz, die die Motivation für meine Ambitionen zu kämpfen, auslösen. Ich finde es interessant, dass der Betrachter die Augen von niemandem sehen kann, die vielleicht Angst betrügen könnte. Ich glaube, dass der Künstler darstellen will, dass man nicht passiv sein sollte, sondern die Kontrolle ausüben. Vielleicht, was Künstler aufmerksam machen will, ist, dass wir uns nicht scheuen sollten, einen Schlag zu kämpfen, an dessen Ende wir unsere Träume erreichen konnten. Vielen Dank. Vielen Dank.